Das heißt also, du hast keinerlei Verbindung zum Fußball? Nee, Fußball kann ich nicht spielen. Ich trage einen Fußball hier. Guck mal hier. Du bist letzte Mittwoch aber gesichtet worden, wie du mit einigen der Legenden einen Film gemacht hast. Ist das wahr? Ich bin der Prashant, der liebt Fußball, der liebt Göttingen, er liebt euch. Und ich musste hier dabei sein, weil ich die Sonne mitgebracht habe aus Indien, damit wir so viele Zuschauer hier haben und alle haben gute Laune, oder? Ja, ja. Guck mal, alle sind beschäftigt hier. Woher kennt man dich denn? In welchen Filmen hast du mitgewirkt? Also bis jetzt habe ich die Ehre gehabt, dass ich in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz über 90 Projekte mitgebracht habe. Unter anderem kennt man mich, alle deutschen Männer kennen mich von Stromberg. Männerherzen und die kann ganz Gottliebe. Tatort, Frostabami-Goring, Alarm für Cobra 11, weiß nicht. Ich muss mal gucken, das sind meine Standards, gibt es auch meine Orthogrammkarte. Und da steht alles, wo ich überall mitgespielt habe. Frosta, man soll ja keine Werbung machen. War das mit ein Little Bit Kurkuma? Nein, bei Frostabami-Goring war das... Bei Frostabami-Goring gibt es kein Natriumethylparahidroxidensowat, Natriumethetraboraden und Natur. Keine Chemie. Frostabami-Goring ist für alle da. Ich darf aber Werbung machen. Okay, alles klar. Vielen Dank und viel Spaß noch beim Spiel. Vielen Dank für die Einladung. Ciao, ciao. Vielen Dank.